so geht es weiter hinten wahrscheinlich wieder ein paar hungrige hier aber die soll uns ja nicht weiter stören so komm Scheiße. So ein Drecksack, ey. Ich weiß nur nicht, wo wir jetzt hin sollen. Äh. Ach so, ne, ach, kann einfach hier sein. Ich dachte, wir müssen jetzt hier rüberjumpen. So, eure Muni nehme ich. Danke. Muni ist auch voll. So, hier gibt es ein bisschen Heilung. Das ist ein sehr, sehr langsamer Aufzug. Und sehr, sehr laut. Oh, wir hören ein, äh, ein Trauber. Ah, wir sind an der Oberfläche angekommen. Kann er da echt eine Granate fallen? Äh, wir sind an der Oberfläche angekommen. Was? Wut, 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 wut. Alter! Oh, oh, oh. Was? Ah fuck ey Was ist hier los? Was ist hier los? Gut speichert Geht hier ja da gespeichert Was tun die verrückten hier? Alter! Alter! Eichhund Oh! Da kam ein bisschen Müll geflogen Ja, und wir gucken erstmal was es hier noch gibt Ach, da gehts wieder los Ja, nichts, also wir müssen hier lang Ok, also nehme ich mal an, müssen wir Wohin Da unten, oder? Au! Ok! Ich bin nicht 50 Stoff an, oder? Ops Hallo! Ach, jetzt gehen wir diesen blöden Lüftungsschacht lang Blöd Ok! Ich hab vorhin schon einen Weg reingefunden Uah! Genau hier Da hätten wir uns den ganzen Ärger gespart Und das Fakt Oh krass, ich hab gerade überlegt, wie war das denn? Da hab ich blöde Knarre ins Bild gehalten, ey, unglaublich Blöden Soldaten Blöden Soldaten Ach guck mal, wir haben sogar geguckt, dass wir den erschossen haben Hä? Und jetzt? Hä? Hä? Bin ich hier falsch? Jaaa, Zwecks Verhör! Jaa, schießen uns alle! Rekseke! Oh! Aber wo muss ich jetzt hin? Von hier bin ich genau gekommen Da trinke ich mal einen Schluck Ich weiß nicht, was ich bin mit했다 Ich bin jetzt hier Ich bin jetzt hier Mit mir Achst du? Ich bin jetzt hier Ich bin dann an Ich bin jetzt mal Ich bin jetzt da das alles diesen meter hier zu überwinden obwohl ich mir absolut sicher bin dass riemann hier durchpasst oh mein gott Ah, nee, nee, nee. Oh, guten Tag. Hä? Ja, und jetzt? Oh, ist das auch falsch? Das ist auch falsch zu sein. Okay, wir haben ja immerhin die Option, hier wieder reinzuklattern. Hä, aber wo soll ich jetzt hin? Hinten geht's noch wieder zum Ventilator, oder? Oder muss ich vielleicht hier irgendwo anders hinlegen? Achso. Äh. Jetzt geht auf jeden Fall... ...wurrinden weiter und hier lang. Schauen wir natürlich, was es hier schön gibt, ne? Hier geht's auf jeden Fall wieder hoch. Das war's auch schon, ein bisschen Muni. Na gut. Na gut. Also, müssen wir hier lang. Jetzt rein. Um geht's rein. Gehen wir erst unten. Was? Wenn wir überhaupt jemand dieser Katastrophe ein Ende bereiten können, dann gibt es zum Plätze schafft das im Lambda-Komplex. Der Komplex liegt am anderen Ende der Basis. Allerdings ist das Transitsystem ausgefallen. Ich weiß da hier nicht, wie Sie da hinkommen. Aber irgendwo soll hier noch ein altes Spannensystem existieren, das nicht mehr in Benutzung ist. Moment. ... hinter dem Silo-Komplex. Wenn Sie es schaffen, durch das Raketentestlabor zu kommen, könnten Sie vielleicht durch die alten Zollers schleichen und jemanden vom Lambda-Team auftreiben. Was da überhaupt noch überlegen ist? Die Leute da können uns vertrauen. Was? Wir können uns allen vertrauen. Ja. Ja, genau. So. Ach, hier sind wir. Oh, lol. Jetzt muss ich aber natürlich mal gucken, äh, was da oben ist. Da müssen wir natürlich gucken. Wir laden dann erstmal nach. Dann gibt es bestimmt wieder bloß ein bisschen Muni. Gar nicht. Einfach falsch. Na gut. Und hier lang. Also wir sollen durch die Silos, na, durch Raketenkontext, weiß ich gar nicht. Und hier lang. Was? Explosionskrater? Okay. Was soll das? Na gut. Ich bin nicht drauf. Das sieht nämlich nicht so gesund aus. Was in den Kisten drin ist? Da sind die eigentlich irgendwie bescheuert. Krass. Na gut. Da ist ein großer Hebel. Ich muss erstmal hier runter gehen. Ist hier was für uns? Ich meine, da ist ja auch ein Knopf, ne? Nehmen wir an, wenn ich den Hebel drücke, kommt ein Fahrstuhl hochgefahren, oder? Das ist leider die Tür aufgeht. Na gut, äh. Dann drücken wir mal den Hebel. Ich bin ja mal gespannt, was uns alles erwartet hier. Okay. Mindestens ein Wauwau. Ja. Drei Wauwaus. Wuh, wir dürfen verschiedene Autos fahren. Was ist? Gibt nichts? es steht natürlich genau mein mikrofon und die feiertasten so runter gesprungen dachte da rast jetzt hier die suppe nein warum baut man hier so ein riesiges schienensystem insgesamt drei schienen oder zwei schienen 232 schienensystem das muss keiner verstehen dach ja da war so klar meinst du den den hypot oder die die anzeige die kommt der hypot der ist von mixer selber die anzeige moment ich verkeh ich kann mir das immer nicht merken die ist von player.me die ist vorher mal anders die unterstützen twitch und mixer gleichzeitig mit xbox das weiß ich nicht da habe ich überhaupt keine erfahrung wenn du mit einer xbox zum pc streamst und dann von dort aus dem anbieter deiner wahl dann kannst du es auf jeden fall rein machen egal was für eins was für ekelhafte fischer bestimmt noch mal hoch